Seit Anfang des Jahres können alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Uniform kostenfrei mit der Deutschen Bahn fahren. Die Bahnfahr eToken App zum kostenfreien Bahnfahren hat mittlerweile schon mehrere tausend Downloads in den diversen App-Stores. Die App kommt aus dem Hause des Cyber-Innovation-Hubs der Bundeswehr. Mir gegenüber sitzt der neue Leiter Sven Weizenegger. Guten Tag Herr Lehner, freut mich hier sein zu dürfen heute. Was ist eigentlich das Innovation Hub? Wie kann man das einem einfachen Feld- und Wiesensoldaten erklären? Das klingt ein bisschen wie Zauberei vielleicht, Innovation Hub und dann steht noch Cyber davor. Wir verstehen uns letztendlich als eine Art Nukleus für Innovation. Wir verbinden die Welt, die es draußen gibt, nämlich Startups, Unternehmen aus der Wirtschaft mit der Welt der Bundeswehr, indem wir nämlich Probleme identifizieren und versuchen, diese mit Lösungen, die es auf dem Markt schon gibt, Lösungen zu ermitteln mit den Soldaten und Soldatinnen gemeinsam, weil wir sehr user-zentrisch arbeiten. Das bedeutet letztendlich, dass wir nicht etwas aus dem freien Raum entwickeln, sondern es ist immer an den Bedürfnissen der Soldaten und Soldatinnen gerichtet. Das ist ganz, ganz wichtig. Was wir nicht machen, ist zwei Jahre hier zu forschen und forschen machen wir auch nicht. Hier gibt es keine Ideen im Sinne von, wir probieren das jetzt mal aus und gucken mal, was da so passiert und dann finden wir irgend so einen Benutzer, der es will. Nee, das ist genau andersrum. Die Probleme werden an uns herangetragen und wir versuchen, eine Lösung zu entwickeln in Zusammenarbeit mit dem externen Markt, den es da draußen gibt. Herr Weizenegger, wie ist überhaupt das Cyber Innovation Hub der Bundeswehr aufgebaut? Also organisatorisch sind wir eingegliedert in die BWI GmbH, dem IT-Dienstleister der Bundeswehr. Das ist unser Kokon sozusagen. Wir haben knapp 40 Mitarbeiter, wir wachsen. Die Hälfte davon sind bei der BWI angestellt und die Hälfte sind Soldaten und Reservisten letztendlich. Das ist so das Setup, was wir aktuell haben. Wir haben verschiedene Abteilungen. Eine Abteilung, das nennt sich Startup Engagement zum Beispiel, das kümmert sich eben um diese Lösungsfindung von Problemfällen. Wir haben ein Team Entrepreneurship, was Soldaten und Soldaten befähigen soll, wie Unternehmer zu agieren und zu denken innerhalb der Bundeswehr. Wir haben ein Team, was sich um Kommunikations- und strategische Partnerschaften kümmert. Also wir haben zum Beispiel mit MSC eine Innovation Night gemacht und wir haben ein Team bei Operations und People, was sich um alles Operative kümmert, was zum Beispiel auch für die Reservisten zuständig ist. Aber ich habe verstanden, ihr wollt vor allem speziell die Startup-Szene in Berlin oder in Deutschland darauf abklopfen, ob eine Lösung für die Bundeswehr schon existiert, die man nur übertragen müsste. Also das mit Übertragen ist vielleicht nicht so ganz einfach, weil man Lösungen nicht eins zu eins transferieren kann. Manchmal gibt es Lösungen, die man vielleicht miteinander verbinden muss, koppeln muss, weil es vielleicht zwei Lösungsansätze gibt, die sich vielleicht auch gar nicht kennen. Da kommen wir dann ins Spiel und versuchen diese Elemente zu verbinden. Das bezieht sich aber nicht nur auf deutsche und europäische Startups, sondern das kann auch sein, dass wir Startups aus Israel, aus den USA finden, die ein bestimmtes Problem lösen können. Wir sind da auch nicht fokussiert auf gewisse Technologien, das ist ganz, ganz wichtig. Technologie ist sogar eher zweitrangig, muss man gestehen, sondern es geht um die Lösungsfindung. Ob das jetzt Blockchain, KI ist, ist total egal, ehrlich gesagt. Es muss nur das Problem lösen. Und die Leute, die dieses Problem lösen wollen, die sind hier? Die sind bei mir im Hub, genau. Wir haben ein Startup Engagement Team unter anderem, das eben genau dieses Matchmaking macht und versucht im Rahmen eines Projektes zu eruieren, macht diese Lösung Sinn. Dann gibt es Vorschläge, dann werden verschiedene Papiere erstellt und dann wird es durchgewunken sozusagen, ja passt oder passt nicht. Manchmal muss man auch feststellen, die Lösungsansätze, die es auf dem Markt gibt, entsprechen nicht unseren Bedürfnissen. Auch das ist okay. Man sagt auch gerne fail fast, also schnell runterfallen und dann aber auch wieder schnell aufstehen. Was wir nicht machen, ist zwei Jahre an etwas festzuhalten im Glauben, dass das irgendwann funktionieren wird. Das machen wir nicht. Unser Ziel ist wirklich, innerhalb von 90 Tagen zu ermitteln, das passt oder passt nicht. Das hört sich ja jetzt ja soweit in Ordnung an, wenn man auf Apps oder so weiter ausgeht. Aber ich denke mal, bei einem Panzer wäre das natürlich fatal, wenn man nicht testet und schaut, ob der Panzer dahin schießt, wo er hinschießen soll. Panzer machen wir aber nicht. Also da gibt es ja andere Kollegen, die das wesentlich besser können als wir. Aber vielleicht gibt es Elemente dort, digitale Elemente, die wir uns angucken können, je nachdem, ob es das Problem auch wirklich gibt. Wir sind jetzt nicht die, die sagen, wir haben einen Panzer gesehen und da haben wir eine Idee und dann lasst uns mal gucken, das machen wir halt nicht. Und was habt ihr für ein Projekt jetzt gerade, vielleicht können wir auf die Bahnfahrt ja nochmal eingehen, das ist ja ein sehr konkretes Beispiel. Wie lief da eigentlich die Entwicklung und die Arbeit aus? Also da muss man sagen, das kam ja aus dem BMVG, weil es ein Problem gab letztendlich mit Bahnfahrten für Soldaten, weil man ein Angebot erstellen wollte. Und was viele, glaube ich, nicht wissen ist, nicht alle Soldaten. Soldaten haben ja ein Gerät, womit sie ins Internet ohne weiteres können. Das muss man ganz klar und explizit auch erwähnen. Und daher war die Idee oder war das Ziel der App, dass man das kostenfreie Bahnfahren allen jederzeit verfügbar macht. Das ist ganz wichtig. Und wie macht man das? Indem man sich anguckt, wie arbeiten eigentlich Benutzer? Und gefühlt hat ja jeder hoffentlich ein eigenes Handy. Und da kommt das Thema Bring-on-Device, also dein eigenes Gerät benutzen. Und zweitens soll jeder jederzeit von überall machen können. Man will sich ja nicht per VPN irgendwo einwählen, dann geht das Passwort nicht. Auch das ist user-zentrisch, zu gucken, wie ist eigentlich das Benutzerverhalten während einer Reise, wir sagen dazu Journey. Reise ist jetzt nicht wirklich im übertragenen Sinne von A nach B kommen, sondern wie benutzt er sein Handy? Was für ein Handy hat er? Hat er ein Android? Hat er eine iOS? Et cetera, et cetera. Das ist eben wichtig. Und wir haben dann die Soldaten aufgerufen, eben diese App runterzuladen, um diesen Dienst zu nutzen tagtäglich. Und was ich persönlich gemerkt habe, ich komme ja auch aus dem zivilen Umfeld. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen biast inzwischen, voreingenommen, weil ich jetzt dieses Projekt ja auch kenne und übernommen habe, dass ich festgestellt habe auf einmal, das sind ja ganz viele Soldaten und Soldaten in Uniform auf einmal. Also im Hauptbahnhof sieht man ganz viele. Das hatte ich vorher nicht so wahrgenommen. Es kann an der App liegen, muss es allerdings nicht. Okay, das ist natürlich eine steile These, ob die App dazu beigetragen hat, kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich die App schon genutzt habe und das natürlich viel bedienerfreundlicher ist, wenn man nicht über den Umweg einen Token aus dem Intranet runterzuziehen, um es dann irgendwo einzulösen, gehen muss. Wie läuft denn aber dann so eine Entwicklung ab von so einer App? Ist das mit verschiedenen Stellen auch in der Bundeswehr zusammen oder arbeitet ihr nur mit Startups, Unternehmen, die draußen eine Lösung anbieten? Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt kein Projekt ohne Nutzer. Das Feedback ist essentiell und darum hat sich das ja auch so herauskristallisiert, dass wir das Thema Bring-on-Device uns näher angucken mussten, ohne eben drauf zu pochen, dass jeder ein Bundeswehr-Handy kriegt, weil es ja auch nicht geht, ehrlich gesagt. Das ist ja mit Kosten verbunden. Und wenn das Gerät schon vorhanden ist, wir so auch nicht nutzen. Das ist ja nur eines der Projekte, das jetzt hier aus diesem Hause kommt. Es sind ja viele andere Projekte gestartet worden und ich denke mal, wie aus der Startup-Szene üblich, auch viele Projekte wahrscheinlich gescheitert, weil sie sich nicht als realitätstauglich erwiesen haben. Wie ist da die Mentalität? Wie testen, testen und hoffen, dass dabei was rumkommt oder was kann man dazu am besten sagen? Also Hoffnung allein hilft, glaube ich, da nicht, sondern wir haben natürlich auch Methodiken. Wir versuchen alles quantifizierbar und qualifizierbar zu machen. Also wenn ich an meinen Schreibtisch gehe morgens, dann habe ich ein Dashboard, das ist aktuell eine Excel-Tabelle, wo ich sehe, wo stehen wir eigentlich gerade mit der Zielerreichung? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten nicht im luftleeren Raum. Und da gibt es natürlich gewisse Parameter und eine der Parameter ist natürlich positives Feedback und von den x Projekten, die eingekippt werden bei uns mit Problemen fallen einige runter. Einige sind vielleicht auch nicht realisierbar, aber das ist auch total okay, weil was wir nicht wollen, ist, wie ich schon gesagt habe, mehrere Jahre daran festzuhalten. Ah, das wird irgendwann und dann stellt man fest, oh, hat ganz viel Geld gekostet, super viel Zeit und dann ist die Enttäuschung bei den Benutzern ganz groß. Das wollen und müssen wir vermeiden. Lieber scheitern wir frühzeitig und ziehen daraus die Lehren für die nächsten Projekte. Das ist eine spannende Sache, weil ich glaube, für die Bundeswehr ist das ein schwieriges Thema. Das geht ja auch einher mit einer gewissen Art von Kontrollverlust. Man muss ja, um so zu denken, auch loslassen können von Vorhaben, die wahrscheinlich nicht erfolgsversprechend sind. Oder man muss vielleicht Sachen nicht bis ins letzte Klein-Klein austesten, sondern wagt etwas. Geht das überhaupt einher mit der Bundeswehr-Mentalität? Also es ist natürlich ein gewisser Kulturwandel notwendig. Dafür haben wir auch ein extra Team, das Team Entrepreneurship, was sich nämlich darauf stützt, die drei Säulen zu betrachten und zu bearbeiten, nämlich Befähigung, Unterstützung und den Kulturwandel. Darum haben wir ja auch dazu ausgerufen, die Fans-Entrepreneure auszubilden. Was heißt das? Entrepreneure, wenn man das vergleicht mit Entrepreneuren, die auf dem freien Markt agieren, wie Unternehmer. Es ist unser Beitrag, ein Kulturwandel in der Bundeswehr, hin zu mehr Innovationsbereitschaft und unternehmerisches Denken zu befördern. Das heißt nicht, dass wir aus denen jetzt explizit Unternehmer machen wollen, aber gewisse Ansätze, Kulturansätze, Arbeitsweisen über Grenzen hinweg. Ich sage dazu immer Kästchen, sondern man versucht eher in sogenannten Squats vielleicht zu arbeiten, sachbezogen zu arbeiten gemeinsam. Das ist unser Anliegen, da entsprechend zu unterstützen. Okay, jetzt kamen ja hier Begriffe wie Entrepreneurship, Intrapreneurship, Sachen, die ja im Bundeswehrsprech eher ungewöhnlich sind. Wenn ich Sie da richtig verstehe, dann hat das ja aber etwas zu tun, was wir vielleicht als Soldaten als eine Mentalität des Für-Mit-Auftrags vielleicht umschreiben würden. Wir würden da wahrscheinlich eher sagen, einen Auftrag kriegen wir mit einer Zielsetzung und haben selbst die Wahl der Mittel, um dieses zu erreichen. Die Analogie passt super. Also hätten Sie das jetzt nicht gesagt, hätte ich gerne dasselbe gesagt. Ich bin ja noch neu. Ich versuche schon das Mapping oder die Gegenüberstellung der Begriffe, aber das trifft es glaube ich ganz gut. Wenn aber trotzdem jetzt scheinbar Notwendigkeit besteht, diesen Kulturwandel weiter voranzutreiben. Was gibt es überhaupt für Mittel und Wege hier von diesem Hub, um das zu erreichen? Also wir bieten verschiedene Formate an. Am Ende ist es eine Art Werkzeugkasten, den man hat. Und die Mittel und Methoden unterscheiden sich ja eigentlich nicht im Vergleich zur Privatwirtschaft. Also sei es ein Design Thinking zum Beispiel, in dem man zusammen kollaborativ zusammenarbeitet, Probleme gemeinsam ermittelt und erste Lösungen ermittelt. Oder das sogenannte Lego-Series-Play. Das ist wirklich Lego, wo man versucht, sein Problem zu beschreiben. Und wieso macht man das mit Lego? Weil wir kennen das ja alle von Meetings. Man ist abgelenkt, man hat einen Notizzettel, man hat sein Handy, man beantwortet eine E-Mail. Das wird zur Seite gelegt. Das wird moderiert durch uns. Und das Lego-Series-Play befähigt letztendlich seine Sinne, die man hat. Den motorischen, den kognitiven Sinne, wirklich in diesem Lego-System zu entwickeln. Wichtig dazu zu sagen ist, es muss gar nicht hübsch aussehen. Also ich hatte schon erlebt, dass Leute extra malen lernen wollten, um superschön zu zeichnen, wie das Problem oder Lösung aussehen kann. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, sobald dieses Lego auf dem Tisch steht, das Problem anhand des Lego-Stücks zu beschreiben. Es fällt dir nämlich wesentlich einfacher, wenn man ein visuelles Objekt vor sich hat. Und man ist, wie gesagt, nicht abgelenkt, sondern sehr fokussiert. Haben Sie da schon irgendwelche Erfahrungswerte? Ich stelle mir nämlich gerade einen hartgesottenen Kompaniedruppführer, Hauptwehrwebel, sechsmal im Einsatz vor, wie er mit Lego versucht, sein Problem zu lösen. Sie werden nicht glauben, wie initiierte Leute sind, das zu machen, weil das ein bisschen Outside of the Box ist. Man muss gewisse persönliche Grenzen überschreiten, was aber auch nicht schlimm ist, weil es sind ja neue Erfahrungen. Und ich sage immer, wir sind alle irgendwie auch Spielkinder. Das meine ich aber jetzt positiv, das meine ich gar nicht negativ. Dieser neue Ansatz, der ist ja eine Sache, die muss wahrscheinlich auch in die Bundeswehr von außen mitgetragen werden. Und Sie haben ja jetzt einen Hintergrund als Hacker, zwar auch bei einem großen Unternehmen vormals, aber Sie haben ja auch schon vormals versucht, neue Denkstrukturen oder neue Denkansätze einzubringen. Können Sie da vielleicht mehr zu Ihrem Hintergrund erzählen? Ja, also ich habe mit knapp 20 angefangen, bei der Deutschen Telekom als Hacker zu arbeiten, im offensiven und wie im defensiven Bereich. Und Sie merken gerade, ich schmutzel ein bisschen. Und habe natürlich auch sehr viele Projekte gemacht. Ich war zehn Jahre im Technologiebereich und habe immer versucht, Startup-Welt und große Unternehmer wie die Deutsche Telekom miteinander zu verknüpfen. Und natürlich stößt man auch auf Widerstände. Und dann bin ich irgendwann in den Vorstandsbereich gewechselt und habe da eine sehr große Partnerschaft initiiert und auch abgeschlossen mit einem großen Security-Anbieter. Und es hieß am Anfang, naja, komm Sven, das sind nur 300 Mitarbeiter, was wollen wir mit dem? Also da war so eine gewisse Überheblichkeit im Konzern. Und dann habe ich das Projekt durchgeboxt, weil dieses Unternehmen ein immenses Problem damals gelöst hat mit Antiviren. Mir war klar, das wird irgendwas, das nächste große Ding. Und zwar drei Jahre später waren die an der Börse. Also es waren irgendwie fünf Milliarden wert, glaube ich. Und dann war allen klar, okay, das macht ja total Sinn, weil die Kundenanfragen kamen auf einmal. Also nicht wir mussten zum Kunden, sondern die Kunden kamen zu uns und haben gesagt, habt ihr das? Und wir hatten das zufälligerweise. Das heißt, Sie haben Erfahrungen mit kleinen Teams, Probleme, die erstmal nichtig erscheinen, auf die Agenda zu setzen? Das kann man so sagen, ja. Und entsprechend die Organisation hinter sich zu stellen, indem man, und das ist mir sehr wichtig, ich bin halt sehr sachbezogen. Ich versuche sehr objektiv zu sein. Ich sage immer, die Medaille hat drei Seiten von Partei 1, von Partei 2 und die neutrale. Und ich versuche, die neutrale Seite einzunehmen. Das geht auch mit einem eigenen Kulturwandel einher, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich muss zu mir auch immer sehr ehrlich sein. Das war am Anfang nicht so einfach. Gewisse Dinge kann ich gut, gewisse Dinge kann ich nicht gut, aber ich muss halt wissen. Und es gibt einen berühmten Autor und auch einen berühmten Manager, Ray Dalio. Der hat ein Buch geschrieben, Principles. Und er sagt ganz klar, radikale Ehrlichkeit ist super wichtig für einen, damit man überhaupt weiß, wohin der Weg hin soll. Dann seien Sie mal radikal ehrlich. Was sagen Sie eigentlich zu Bundeswehr und Startup? Ist das überhaupt vereinbar? Für mich ist das total vereinbar. Sie hatten ja gerade gesagt, Auftragstaktik. Das ist ja so ein Korridor und Leitplanken. Und Startup agiert ja auch nicht im luftleeren Raum. Da gibt es ja auch gewisse Zielvorsetzungen der Investoren, der Gründer, wo sie agieren können. Und ich finde Bundeswehrsoldaten und Soldaten total agil in dem, was sie machen. Vor allem finde ich interessant dieses Mindset. Und ich hatte in der Telekom einen Vorstandskollegen, als ich damals gearbeitet habe im Vorstandsbereich, der Knut. Liebe Grüße. Den habe ich irgendwann mal gefragt, wie hältst du das hier eigentlich aus? Du kriegst ja jeden Tag irgendwelche E-Mails von Kollegen, die nicht sachbezogen waren. Und er meinte zu mir, Sven, ich war Marinetaucher. Vor Somalia auf dem schwarzen Gummiboot stand ich vorne. Da wurde auf mich geschossen. Glaubst du, das hier, was hier gerade passiert in der Telekom, macht mir Sorgen? Nee. Das, was dort war, stattfand, das waren wahren Probleme. Und daher denke ich so, das passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Beide Welten. Natürlich muss man Übersetzungsarbeit leisten. Dafür sind wir auch da. Das ist ja auch der Nukleus letztendlich. Wir sind ja die Schnittstelle zwischen Bundeswehr und der externen Welt. Ich glaube, das geht auch einher mit sehr viel Respekt auf beiden Seiten. Mit Respekt meine ich auch, dass die Startup-Welt versteht, wie funktioniert eigentlich die Bundeswehr. Nicht so umgekehrt. Ich glaube, das ist oft, was man erlebt, dass die Startups so ein bisschen auftreten. Ja, wir sind ja die Großen und wir erklären euch mal die Welt. Ich muss sagen, ich bin ja erst seit drei Wochen dabei. Ich habe mir die Innovationsforum angeguckt. Bei allen Dingen ist mir die Kinnnadel runtergefallen, weil ich sagen muss, das habe ich so als Problemstellung noch nicht gesehen und es beeindruckt dann schon sehr. Okay, das zum Thema Beschussfestigkeit. Kennt das Hub, denke ich mal, zu Genüge. Wo soll denn die Reise eigentlich hingehen mit dem Hub? Also wir haben uns ja eine neue Vision definiert. Als ich angefangen habe, gab es zwar eine Mission, aber was mir so gefehlt hat, top down, war ein Vision-Statement. Unser neues Mission-Statement, das kann ich jetzt sagen, ist Empowering Innovation and Defense. Mit Absicht breit gehalten, mit Absicht sehr stark, mit Absicht sehr interpretierbar. Was kann man da eigentlich alles drin machen? Und gefühlt nicht erreichbar mit Absicht, weil die Ziele, die wir uns setzen werden, die ich mir auch setze, sind sehr gestretched, würde man im Englischen sagen. Die sollen schon hart erreichbar sein. Das ist Absicht. Ansonsten wäre es auch ein bisschen langweilig. Aber konkret, was ist jetzt Ihre Vision? Wo wollen Sie mit dem Hub in ein, zwei Jahren stehen? Also erstens müssen wir gewisse Ziele erreichen, wo es gegeben wurden. Das ist Nummer eins. Ich möchte auch irgendwann in der Lage sein, natürlich Innovation selbst zu ermitteln, mit Lösungsvorschlägen vielleicht zu kommen, weil, das ist ganz wichtig, irgendwann wir vielleicht auch die Domänexpertise haben. Darum ist die Einbeziehung und die Zusammenarbeit mit aktiven Soldaten und Soldatinnen sehr wichtig. Wir kriegen ja auch vom Software-Kompetenzzentrum sehr fähige Mitarbeiter, die uns hier helfen mit ihrer Expertise, die sie haben, die ich ja vielleicht gar nicht habe als Zivilist, muss man ehrlich gesagt gestehen, und mit den Reservisten auch, gemeinsam Probleme zu ermitteln und Lösungen zu ermitteln. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Weitere Informationen zum Cyber Innovation Hub gibt es in den Shownotes. Den Podcast der Bundeswehr kann man bei Spotify, Apple Music und Soundcloud hören. Mein Name ist Hauptmann Matthias Lehner. Ich melde mich aus dem Funkkreis ab. Vielen Dank.